Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! GX Tag Force Evolution für die Playstation 2. Wir haben noch vier Folgen Zeit oder so, bis ich eine kleine Pause von diesem Spielmacher und morgen von diesem Spiel aus gesehen ist schon, wie heißt das denn? Prüfung, morgen ist schon die Prüfung hier. Deswegen hatte ich noch vorgehabt drei Folgen an diesem Tag zu verharren und ein bisschen zu duellieren und mir zum Beispiel jetzt Booster Packs zu kaufen. Weil mein Deck ist doch nicht mal annähernd. Perfekt. Schade, dass wir Zayns Karten noch nicht bekommen haben hier. Die wären auch voll gut gewesen. Tun wir mal eins, zwei, drei und aus dem anderen vier und dann gucken wir mal was wir bekommen. Skippen wir mal kurz. Oh yeah. Darauf habe ich gehofft. Oh, die Augen kenne ich auch. Maske der Furcht. Oh, ich bin gegen das Mikrofon gekommen, tut mir leid. Schon wieder. Oh. Kurz lesen. Hier, direkt. Ach, die Fusionskarten brauche ich eigentlich. Was ist das denn? Achso, nur eine Random Karte. Das hat nicht mal einen Effekt. Äh, hat auch keinen Effekt. Äh, das hat aber einen Effekt. Äh. 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 What? Alter. Alter. Alter, dieses. Wow. Diese Karte. Wow. Diese Karte ist überhaupt nicht schlecht. Das... Äh. Nein. Oh, da sind ja zwei Zauberkarten ne? Moment ich habe bestimmt noch eine Zauberkarte gehabt, Thermalde. Pokalde kenne ich schon. Ähäh. Ähäh. Verteidigungsposition, okay. Kennen wir? Oh, die kenne ich. Ja, das Monster kann nicht angreifen und so, wenn diese Falkart auf ist. Dies war cool. Oh, nice. Okay. Auch nicht schlecht, die Maske der Furcht. Die will... Nein. Nein. Wenn es keine Zauberkarte in deinem Fliegel befindet, dann kann kein Spieler seine Battle-Phase durchführen. WTF, WTF, WTF. Was ist das für eine Karte? Was soll mir das denn bringen, Alter? Immer wenn... Immer wenn eine oder mehrere Karten auf den Friedhof gelegt werden, füge den Life Points ihres Besitzer... What? What? Also, ein paar Karten will ich schon gerne reinhaben. Dann machen wir das eben. Was machen wir dann? Ich würde sagen, ein Kampf gegen den Tarzan hier und gegen ein paar der anderen Videospiele... Anime-Charaktere, gegen die wir noch nicht gekämpft haben. Da. Du warst nicht schlecht. Ich nehme mich. Was ist denn in der Kreis war auch nicht schlecht? Nämlich auch. Hercules-Käfer, ne? Der war auch eigentlich voll cool, aber der hat halt eine Opfergabe gebracht. Das bringt nicht wirklich was. Warte, ich kann eine Random-Fusions-Karte beschwören, ne? Das heißt, dann lohnt es sich eigentlich auch mal eine Fusions-Karte in das Feld, in meinen Fusions-Stack zu nehmen, was eigentlich nicht so die Beste ist. Also, was ich nicht beschwören kann, aber halt voll gut ist, meine ich. Maske, da früchte ich dann mal eine rein. War doch die, ne? Okay. Dann hätte ich doch gerne Pulli... Dings das. Da. Und das war's, glaube ich. Ich hätte noch eine Karte mehr Fusions-Stack und das war's dann. Ja. Kartenrand sortieren und dann suchen wir mal nach Leila. Leila. Da. Die ist Kacke. Die ist Kacke. Die ist Kacke. 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 Ich hab nur Kacke. Ja, dann passt das so. Ich hab vergessen, mein Deck zu speichern. Wenn ich das jetzt nicht gespeichert hab, dann... Wehe. 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 Das hat mir nicht... Das hat sich jetzt nicht gespeichert. Doch, hat's. Oh Gott. Das wird speichern. So, ich bin grad zu faul, das umzubenennen. Passt so. Und dann machen wir nochmal ein Duell gegen den Tarzan. Alter, die Müllabfuhr, ne? Die Müllabfuhr ist so unglaublich laut, Alter. Hey, mein Name ist Demmin. Alter. Die Müllabfuhr ist so laut, ne? Ich, Mann, der ziehe in Mark. Was? Du wolltest du mit mir? Gut. Wir werden sehen. Ziehmeister. Ich glaub, er hat nur Karten, die ziehen. Alter, bitte. Müllabfuhr weg. Dankeschön. Seelenreue. Oh. Die. Die. Bäm, 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 bäm. Oh. Schöne Kartenbekommen. Weißt du das nochmal? Okay. Ah, ich hab nur Zauberkarten gezogen. Loll. Nice. Durch meine Leistung zahlen, um einen Kartenamen zu nennen. Karte, nenn diese oberste Karte, da ist der Karte, Das ist ja voll der Müll Muss man ja richtig Lack haben, Alter Was macht das Ey, das ist die lustige Karte, die ich noch zeigen wollte Die ist so witzig Ich hab keine Monsterkarte gezogen Aber die Karte ist so witzig Guckt sie euch einfach an, Alter Was ich als nächstes Fabrik der Massenproduktion Oh Das ist voll gut für diese Karte Ach, was hab ich getan Oh Mann Na egal, passt dran Massekanone ist da auch drin Ähm Ja, ich zieh gar keine Monster gerade Das wird wahrscheinlich schnell vorbei sein Wenn ich es weiter so mache Loll Loll Ähm Massekanone Ja, kann ich auch schlecht benutzen Oh Ja, das ist zum Beispiel nicht schlecht Aber bringt mir halt nichts Wenn ich verdammt nochmal Keine Monsterkarten ziehe Mann Dieses Duell wird glaube ich sehr schnell vorbei sein Außer weil er nicht angreift vielleicht Das Boah, ich glaube ich mache gleich mit Fits dazu Bis zur nächsten Folge Er hat anscheinend keine guten Monsterkarten Er legt alles darauf die richtigen Zauber und Feindkarten zu ziehen Okay Ja, ich habe aber gar keine Monsterkarten gefühlt Und nicht nur gefühlt Und nicht nur gefühlt Alter Ist doch nicht wahr Ich kriege wenigstens zum nächsten Zug ein Monsterkarten Ey, guck mal wie cool Oh nein, aua So viele Schmerzen Ich erleide Schmerzen in Übermaße Okay, ich kriege endlich Monster Enkelig Ich reg mich immer darüber auf, dass Leute enkelig sagen Und sage ihnen, dass sie endlich sagen sollen Und jetzt sage ich es selber selber Alter Komm schon Oh, da ist die Maske der Furcht Davor brauche ich aber erstmal eine Permanente Die ich dafür benutzen kann Davor brauche ich aber erstmal eine Permanente Ja Ja Nö Alter Das nervt gerade so hart Das glaubt ihr mir nicht Nö Jetzt kriege ich den Clayman Das ist das schlechteste Realis ich in meinem Leben hatte Meine Güte Meine Güte Alter Ich habe zu viele permanente Zauberkarten glaube ich Mein Deck ist gleich voll davon Wie viel Schaden macht er 900 Das ist einfach irgendwas das mehr hat Das hat gleich viel Meine Güte ey Ich mache mal zu Ich mache mal zu Ähm Kann ich jetzt noch was machen irgendwie Irgendwas Was macht das Ja Lohnt sich nicht weil ich zu wenig Monsterkarten ziehe Alter Ohne Witz Ohne Witz Ich muss auch die Folge schon beenden Und ich glaube dieses Duell geht noch lang Ja Deswegen sage ich einfach mal Das war's mit dieser Folge Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ihr mehr sehen wollt dann schaut auf meinem Ohne Witz Ohne Witz Ohne Witz Er hat einfach meine Pulli Halt Welche Karte wir aussehen seht ihr in der nächsten Folge Tschau Leute